Genau an seinem Geburtstag wird der US-Rapper Julio Fulio erschossen. Ein Ortswechsel und eine Instagram-Story verraten seine Location. Jetzt trauern die Rap-Fans um ihn. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, so wie auf Instagram-Rap-Check. Gerade einmal 26 Jahre alt wurde der Rapper und konnte schon einige Hits vorweisen. In den USA genießt er aktuell seinen Hype und baut sich seine Community auf. Mit seinen engsten Freunden wollte er nun seinen Geburtstag feiern. In Florida mieten sie sich ein Airbnb und feiern wortwörtlich, bis die Polizei kommt. Sie werden aus der ersten Location rausgeschmissen. Auf Instagram berichtet er davon und in der nächsten Story sieht man, in welcher Gegend er sich befindet. Nur wenig später greifen ihn Unbekannte an und wollen ihn beklauen. Außerdem fallen Schüsse. Eine Kugel trifft ihn und beendet sofort sein Leben. Auch Freunde von ihm werden bei diesem Kugelhagel getroffen. Mindestens drei weitere Menschen landen im Krankenhaus. Ein trauriger Tag und ein weiterer Verlust für die Rap-Welt. Als junger Rapper hatte er noch so viel vor. Nun verabschieden sich alle von ihm.